Capcom Präsentiert in Dolby Digital Resident Evil Revelations Ja! Geile Scheiße! Wir spielen Resident Evil Revelations Und wir sind natürlich wieder zu zweit Nämlich mit MaybeTis Und Missfortuna LP Oh, ich hab so Bock Ja, wir haben Bock Wir haben übelst Bock Und wir spielen den Story Modus Wir machen, das war von der Probeaufnahme Wir machen natürlich ein neues Spiel für euch Wollen wir noch kurz was dazu sagen? Ja genau, stimmt, wir können was dazu sagen Du sagst was Für die Leute zum chronologischen Ordnen Wir haben, das ist jetzt Das wird wahrscheinlich das Let's Play werden Was nach Silent Hill 1 kommt Sind das wichtig? Nee, aber vielleicht haben wir in Silent Hill 1 Verraten, was wir als nächstes spielen Stimmt Genau Und Genau Vielleicht haben wir voll Erwartungen aufgebaut Die wir jetzt gar nicht halten Ach, scheiß drauf, die Leute werden nicht Ach, scheiß drauf, ihr merkt es ja Wir spielen jetzt nicht irgendwie Silent Hill weiter Zumindest nach Teil 1 Dann nicht jetzt hier die Chronologie oder so Sondern wir spielen zwischendurch mal Resident Evil Und da wir beide so übelste Resident Evil Fans sind Aber du bist da immer noch mal mehr involviert als ich Ja, vor allen Dingen, mir fällt gerade auf Das passt voll, weil ich ja die ganze Reihe Mal Let's Play momentan Habe ja Teil 2 Und ich weiß nicht, ob ich Teil 1 jetzt Zu dem Zeitpunkt schon gemacht habe Gut, und mach mal los Ja, ich mach einfach los Ja, ne? Möchten Sie fortfahren? Nein Nee, Quatsch Nein Genau Automatisch gespeichert Neue Spiel Na doch, na klar Ha 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 Schon die ersten Hindernisse bringen uns hier zu Fall So, und wir haben gesagt Wir nehmen Höllisch Nein Spielen auf normal, denn normal Nicht höllisch Nee, ich guck gerade Höllisch stellt ihr einen Geisteszustand auf die Probe Das müssen wir ja erwähnen, dass das hier so gesagt wird Wir haben gar keinen Geisteszustand Das ist das Problem dabei Genau Und deswegen nehmen wir Und bietet eine ordentliche Herausforderung Ist für dich genau das Richtige Ja Denn die liebe Annie fängt an zu spielen Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt spiele Doch, bestimmt Der Roy hat sich schon wieder Hat sich schon wieder Abgeseilt Gemütlich gemacht Oh ja Ja Und wir sehen ein kleines Intro-Video Viel Spaß Hey, Jim Unglaublich Die Queen Zenobia Dass das Ding überhaupt noch läuft Bring uns herum Wir müssen an Bord kommen Oh ja, ich habe jetzt ein kleines Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... Genau hier auf diesem Schiff. Boah, geil! Und damit nochmal herzlich willkommen zu Resident Evil Revelations. Was eigentlich eine Portierung, glaube ich, von der PSP-Version ist. Die dann, weil die Fans sich es gewünscht haben und es so gut ankamen, nochmal für den PC portiert wurde. Und weißt du, was das für ein Typ ist eigentlich? Ich wollte gerade sagen, ich habe zu Beginn gleich zwei Fragen. Wer ist dieser komische Ruski, den wir hier an unserer Seite haben? Und der ist ganz schön fett, ne? Und ja, genau, der ist ganz schön proper. Und wer ist Jessica vor allen Dingen? Hallo? Und wir spielen Jill. Müsste eigentlich bekannt sein. Und sie ist wieder brünett, Gott sei Dank. Und wir spielen, falls die Leute sich wundern, dass die Kamera ist, alles auf Klassisch. Ja, und falls die Leute sich noch mehr wundern, ja, das ist deutsch synchronisiert. Scheiße. Ja, das habe ich mir trotzdem gewünscht, obwohl die deutsche Synchro scheiße ist. Aber ich will dann trotzdem das alles auf Deutsch haben. Wenn ich schon die Möglichkeit habe. So, wir gucken mal hier. Das klingt gar nicht gut. Ist doch nur eine Glocke. Ja. Dieser Ton macht mich noch wahnsinnig. Ja, du synchronisierst es ja auch nicht so geil gerade. Dieser Ton macht mich noch wahnsinnig. Ja, zum Beispiel. Schau mal erst daneben lang. Ich brauche doch den Laserpointer. Was ist denn hier? Achso, hier geht es noch rein. Okay. Sehen können. Also, wie gesagt, wir spielen mit der klassischen Steuerung. Genau, und ich muss mich erst mal kurz dran gewöhnen. Ja. Ah ja, okay. Genau. Weil die andere, da hatten wir ein bisschen Probleme mit. Und ich dachte... Vielleicht kann ich es aufschießen. Ja, ich dachte erst schießen, dann fragen. So, geht das so? Wo ist hier unser Laser? Das ist invertiert. Das müssten wir nochmal ändern. Echt? Ja. Dann mach es jetzt gleich. Weil die Zielsteuerung ist invertiert. Ne, dann mach es jetzt gleich. Ja, das muss ich nochmal ändern. Entschuldigung. Wir gehen nochmal in die Option. Und dann ganz oben auf Steuerung. Und dann ist das... Zielsteuerung, ne? Genau. Ach, die ist ja bei der... Ne, doch. Schande, gerade auf beide Achsen invertiert. Standard. Genau. Und ich gehe auf B. Also auf Vier-Eck. Ja, ja, ich habe schon gemerkt. Ne, Kreis. Kreis. Achso, die verwechsel ich immer. Okay, ich teste nochmal. Ja, jetzt passt. Sehr gut. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es voll losgehen. Oh, fuck. Ich finde es geil, ne? Es ist nicht wie Teil 6 und Teil 5. Okay, der Roy meinte schon, dass es jetzt... Der Roy meinte auch, dass es... Und deswegen bin ich auch ganz froh darüber, dass wir das spielen. Dass es nicht wie Teil 5 und 6 mehr so ein Shooter ist. Oh, guck mal, das ist eine Leiche. Sondern es ist mehr Back to the Roots, sozusagen mehr Horror, weniger Shooter und... Ja, also sie meinten weniger Shooter, mehr Horror und... Also genau das, was Annie gerade meinte. Warte, dann gucke ich mich eben so um. Und so ein Zwischenspalt zwischen dem Shooter-System, was mit der 4 eingeführt wurde und den Horror trotzdem wieder reinzubringen von den ersten drei Teilen. Ja. Oder was meinst du, was war dein Lieblingsteil? Der erste wahrscheinlich. Der erste und der zweite, die sind die besten. Gut. Ach, es riecht nach Verwesung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er ist schon länger tot. Ach, wahrscheinlich hat sie immer nur eine Spur synchronisiert. Da hatte die Praktikantin auch keinen Bock mehr. Also, wieder die Praktikantin am Schopf gepasst, wie die Jill. Komm mal her, du synchronisierst jetzt. Ja, du synchronisierst. Ich kann das doch nicht. Doch, doch, wir brauchen jemanden. Doch, doch, irgendwer muss es machen. Obwohl die Grafik trotz alledem relativ gut ist. Folgt uns das, Dickerchen? Die Grafik ist super schön. Ja. Dickerchen folgt uns. Und dann werden wieder Leute sagen, nein, das ist nicht. Nein. Aber wir finden es gut. Wir finden es sehr gut. Komm an hier. Ich mag das voll, wenn jemand so einen russischen Akzent hat. Geil in der Lebenszeitung. Ja, weil das klingt so rau und wüst irgendwie. Okay. Wohoho. Was ist denn das? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Sauelkletter hast du gesehen, ne? Fuck, ey, das ist dort lang und dann da hoch. Ja. Und geil, oder? Richtig geil. Superschön, ich freue mich. Ich habe Bock. Guck mal, ist da rein, oder? Und was da runterläuft. Das sieht nicht aus wie Wasser. Da kannst du das untersuchen. Warte. Na, Jill? Jill möchte nicht. Doch, doch, Jill will. Da muss sie nur dazu zwingen. Aber guck mal, wenn ich mich darauf zubewege, und wenn ich aber stehen bleibe, macht sie das nicht. Wenn du darauf zubewegst und dann drückst. Das ist kein X. Nee, das ist so nicht. Was ist die Taste? Nee, X ist unten, die Taste. Nein. Ach nee. Hier. Ach, das wäre A. X ist nicht Playstation, sondern... Ja. Also, nicht Playstation X, sondern Playstation Viereck ist das. Ja. Habe ich jetzt auch gemerkt. Ich wollte auch... Ich habe am Anfang nur X gedrückt. Das merkt ihr ja nicht. Und so erschrecken wieder. Hier, komm. Alles Gute, komm von oben. Jetzt kann ich mit dem Käfer toben. Oh! 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 Geil! Okay. Das wird noch... Let's get this party started. Ich freue mich. Guck mal, wir haben Radar. Das ist ja wie Metal Gear. Super krass geil. Das ist ja eine geile Karte wieder. Und boah, Alter, da läuft Blut runter. Guck mal, ein Dickerchen steht an der Ecke. Was? Ich finde den sympathisch. Speichern? Oh, jetzt gibt es ein automatisches Speichern. Jetzt kriege ich Angst. Da tropft Blut aus den Rohren. Was hat der denn für einen Arm, Mann? Was sag ich mal? Und die Frage ist, dreht sich das Ganze hier um den T-Virus? Oder doch um diesen... Dings... Wie hieß er bei den Ouroboros? Äh... Sein Arm. So eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Okay. Ja, ist gut. Bei den Ouroboros war das doch bei Teil 5 ein anderer. Nicht mal der T-Virus, sondern... G-Virus. Es gibt den T-Virus, den G-Virus. Und der T-Virus war ja der ursprüngliche. Ich drücke mal noch nicht den Aufzug. Nee, untersuch noch mal hier die Scheiße. Sondern genau, ich gucke mal, ob wir hier irgendwas vielleicht machen können. Aber schön mit der Karte oben. Ich brauche doch den Laserpointer. Sie rennt übrigens automatisch. Ach so. Das hier ist Gen. Und wenn ich den Analog-Stick mehr drücke, dann rennt sie schon automatisch. Da muss man gar nichts machen. Warte, ich such mal kurz einen Laserpointer. Ja, such den Laserpointer. Ich steuere währenddessen. Hier ist ein Vieh oben in den Lüftungsschächten. Ja, aber wo ist der Laserpointer? Der Laserpointer, das ist jetzt wichtiger. Ist der mit Hitze gefallen? Ach, das ist der Typ von der anderen Seite. Okay. Okay. Ach nee, wir haben ja auch eine schnelle Drehung. Wir schaffen das... Eine schnelle Drehung. Ohne Laserpointer. Ja, wir schaffen das ohne. Okay. Na, los geht's hier. Oh, Alter. Was ist denn das da? Getränke-Automat. Ach so, ich dachte schon, das... Ich wette, wenn ich jetzt den Aufzug drücke... Oh, guck mal, unser Typ ist gar nicht mit. Da ist er ja. Nee, du konntest ja auch nicht dort weiter. Grünes Kraut. Ja, eine Heilpflanze. Können wir dem auch was andrehen? Ja, schau mal ins Menü. Wie ein Teil 5, Susann. Hier, nimm du. Select ist ja Menü. Moment, ich mach nur den dritten Spind auf. Nee, das geht nicht. Der ist ja eingebeult. Siehst du? Ach so. Ja, okay. Genau, drück mal Select, da gucken wir uns das Menü an. Zermahlenes Heilkraut lindert Müdigkeit und heilt Wunden. Und mit RB und LB, das sind oben die Schultertasten. Und wenn die nicht, dann die anderen. Genau. Ich gucke dir mal die Karte an, ganz rechts. Warte mal, ganz rechts. Das ist keine Karte, das ist ein 3D-Modell. No, voll geil, oder? Das ist nicht schlecht gemacht. Oh, Alter. Warte mal, zoomen ist... Ach nee, hier, Quatsch. Ja, das hast du ja nicht an. Klar ist das an. Ach, jetzt hast du das an. Ach so. Das ist schon immer... Ah. Das ist aber schon die ganze Zeit an. Ach so. Wieso ist denn da eine Waffe eingezeichnet? Weil dort eine Waffenkiste ist. Scheiße, stimmt. Du kannst Legenden lesen. No, aber da kommen wir noch gar nicht hin. Ich weiß aber auch noch nicht, warum das Grün das Ganze ist. So, was haben wir hier? Schlüsselobjekte. Handbuch. Und da werden Schlüssel und sowas abgelegt. Wir haben Pistolenmunition. Haben wir? 15 von 30. Und ein gemahlenes Heik. 1 von 5. Also es gibt hier ein extra Menü für Munition und Kräuter. Wir haben 1 von... Gehen wir nochmal... 1 von 5. Wir können maximal 5 einsammeln. Ach du Scheiße. Und rechts daneben Munition. Wir haben 15 von 30. Wir können maximal 30 Munition haben für die Pistole. Darf ich meine These vom Anfang bestätigen, indem ich sage, das ist wie Metal Gear? Ja, dann mach... Da darfst du auch nur begrenzte Rationen, begrenzte Munition, du hast ein Radar, du bist... Also das ist wirklich, das ist ja voll geklaut. Ich finde es trotzdem gut. Aber du hast nicht den Ivanov hier an deiner Seite. Und du hast aber 9 im Lauf und 15 so. Also es wird wirklich realistisch gezählt. Jetzt hast du... Genau, jetzt hast du nur noch 14 so und 10 im Lauf. Also das Magazin fasst 10 Schuss. Ich gehe jetzt mal doch zu diesem komischen... Ne, wo war der? Diesem komischen Aufzug und drücke da mal einen Knopf. Ich wette, weil wir hier in diesem Raum vielleicht weiter können. Hä? Der Raum ist... Siehst du ja oben? Genau gegenüber. Hier. Ja, aber wo war denn der Aufzug? Na gut, dann gehen wir hin. Das siehst du auch auf der Karte, wo der Aufzug ist. Ach so, stimmt ja. Ich muss mich dran gewöhnen. Ach hier, konnte man doch weiterlaufen. Oh! Wo ist Kenny? So viel. So... Ja, wo ist Kenny? Kenny. Endlich wieder geile Horror-Effekte. Ist ja geschlossen. Soll ich noch ein bisschen lauter machen? Ja, ein bisschen kannst du lauter machen. Die Platine ist hinüber. Sehr gut. Verdammte Axt. Jetzt holen wir uns erstmal eine Lippe. Und Slushy. Ja, der Strom. Der Strom ist noch da. Ah, die Synchro ist echt zum Kotzen. Ja. So, was haben wir denn hier? So ein Deiner-artiges. Ach so, das soll so ein Restaurant sein. Also die Kantine. Kombüse. Kombüse. Ja, stimmt. Auf dem Schiff ist es die Kombüse. Boah. Ach, hier kannst du so ein bisschen schlauchelabyrinthartig durch. Ja. Genau. Und schau nochmal dort. Spinnend. Na komm. Yes. Magnum-Munition. Ne, Pustier. Jetzt schau mal ins Inventar, wie das jetzt aussieht. Äh. 24 von 30. Ach du Scheiße. Aber vielleicht kann man das dann später irgendwie aufwerten oder so. Hat der Typ denn unbegrenzt Munition? Oder was war das denn der? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann man das nur auf ultra schwer oder so. Und so hat er vielleicht, äh, weiß auch nicht. Ah, nicht, dass sie so ist wie Outbreak und der macht nichts. Ach du Scheiße. Guck mal, wer hier liegt. Weiß ich. Ich kenne den nicht. Das Gesicht ist total zermatt. Ja, wir werden wahrscheinlich auch nicht rausfinden, wer es ist. Soll ich jetzt doch mal zurücklaufen zum Aufzug und da mal zumindest den Knopf drücken? Ja, da wird bestimmt gesagt, der Aufzug funktioniert nicht. Ja, ich wette. Aber wir machen es mal. Vielleicht ist es kein schlauchartiges Level-Design, sondern man hat wirklich mehrere Optionen, wo man lang gehen kann. Aber das ist ja öfter so. Ich finde sowas trotzdem immer geil, wenn man an bestimmte Punkte immer wieder zurückgehen muss, weil man da noch nicht weitergekommen ist oder so. Ja. Und die letzten Resident Evil-Teile waren ja relativ linear, wenn nicht sogar übelst linear. Das stimmt allerdings. So. Nee, hier können wir nicht. Genau da rum. Nee, hier ist ja versperrt. Ganz hinten, ne? Und dann einmal ringsherum gehen, da siehst du doch, dort ist das Viereck. Ach stimmt, das war ja die andere Seite, du hast völlig recht. Ich hab recht, geile Scheiße. Ja, hier, na klar. Ja. Ich hab vorhin, ich dachte, das wäre so ein Seitengang. Kein Strom. Sehr gut. Und sogar rot eingezeichnet. Psst, sie redet noch. Ach so, Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin so aufgeregt. Rot eingezeichnet, sehr gut. Genau, Silent Hill lässt fließen. Da können wir runterklettern bestimmt. Funktioniert nicht. Okay. Ach, das ist der andere Fahrstuhl. Der ist auch nicht eingezeichnet. Der ist offen. Na doch, der ist theoretisch eingezeichnet. Ja, genau. Bloß keine Tür, weil die Tür ja offen ist. Wo ist der, äh, Russe? Ah, der folgt uns schon. Das könnte auch ein Pole oder sowas sein. Das ist nicht immer gleich gesagt. Genau, und da rennen wir dort noch die Runde rum. Bei dem Voice-Acting kann man sich nicht sicher sein, was zu welcher Dialekt gemeint ist. Da muss nichts unter der Karte stehen. Ist das irgendeine Tablette oder so? Ah ja, stimmt. Was soll das sein? Eins? Sind das Befehle? Kann man hier seinem Mitspieler Befehle geben, wie in Teil 5? Ne, das wurde bestimmt erklärt sonst. Mit Go und so? So. Mit Shever? Da liegt was in der Mitte. Da glänzt was. Wo? In der Mitte. Wo ist der Laserpoint? Ne, die Mitte. Die ist genau hinter dir, die Mitte. Da ist die Mitte. Ich wollte erst mal hier mich systematisch am Ofen langarbeiten. Dann arbeite dich mal systematisch. Ich arbeite mich systematisch. Und wir machen hier ohne Abmoderation und so eine Scheiße. Watsch. Wo glänzt jetzt was? Oi? In der Mitte. Genau da. Ach hier. Da sagt er auch, ich soll mir das ansehen. Hilf mir hier mal. Der hieß Parker. Der sieht ein bisschen aus wie aus Resident Evil Outbreak, der Polizist. Aber der hieß nicht Parker. Und der war auch viel dünner. Ihhh. Da würde ich ja nicht reingreifen. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Jetzt geht es wieder. Was hat Dean für ein geiles Teil? Ne Waffe. Ich habe da was. Glaube eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Das ist ja noch nicht ein Kuss. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein.